Hallo und herzlich willkommen hier auf dieser Webseite und vielen Dank, dass Sie sich für diesen neuen Videokurs Kontakte dich reich interessieren. In diesem Videokurs zeigen wir Ihnen einen völlig neuen Blickwinkel zum Thema Netzwerken und ich bin mir sicher, dass Sie nach Ende dieses Videokurses sagen werden, das hätte ich gern eher gewusst. Haben Sie bisher auch gedacht, dass der Aufbau eines Netzwerkes aufwendig ist, sehr viel Zeit kostet und wenig Erfolg bringt? Dann werden Sie in diesem Videokurs einigermaßen überrascht sein. Wir zeigen Ihnen hier in diesem Videokurs ein kostenfreies Software-Tool, mit dem Sie schneller als der Formel 1 Weltmeister ein großes Netzwerk aufbauen. Sie lernen in diesem Kurs, welche Möglichkeiten Sie mit einem Netzwerk haben, direkt auch Geld zu verdienen. Und dabei ist es sogar egal, in welcher Branche Sie bisher arbeiten. Wir zeigen Ihnen sogar Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wenn Sie selbst gar keine eigenen Angebote oder Produkte zum Vermarkten haben. Weiterhin lernen Sie in diesem neuen Videokurs, wie Sie am besten beginnen, sich Ihr eigenes Netzwerk aufzubauen. Und Sie bekommen eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das geschäftliche Netzwerk Xing dafür benutzen. Denn dadurch werden Sie dann selbst in der Lage sein, in die Königsliga des Netzwerks aufzusteigen. Viele Unternehmer und Selbstständige haben sich nämlich anfangs nicht vorstellen können, welche Kraft ein eigenes großes Netzwerk entfalten kann. Und hier in diesem Videokurs lernen Sie genau das. Der entscheidende Vorteil, der sich dann daraus für Sie entwickelt, ist die Tatsache, dass Sie mit einem eigenen großen Kontaktnetzwerk zu einer neuen, viel größeren Sicherheit gelangen. Denn selbst die stärkste Währung der Welt bietet Ihnen nicht annähernd so viel Sicherheit wie ein großes und gut gepflegtes Netzwerk. Vielleicht können Sie sich das an dieser Stelle noch nicht so ganz genau vorstellen. Dann geht es Ihnen jetzt so, wie es mir damals ging. Deswegen zeige ich Ihnen hier in diesem Videokurs, wie Sie von meinem Wissen profitieren und dieses für Ihren erfolgreichen Netzwerkaufbau einsetzen. Denn Beziehungen sind heute der Dreh- und Angelpunkt. Allerdings sind die besten Ideen nicht viel wert, wenn sie nicht weitergegeben werden können. Und genau das wird mit Hilfe des Internets und Ihres Netzwerkes heute viel einfacher und geht deutlich schneller. Denn heute gilt nicht mehr das früher bekannte Motto, dass die Großen und Starken die Kleinen und Schwachen besiegen, sondern heute besiegen die Schnellen die Langsamen. Ein großes Netzwerk ist der Garant, mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten und langfristig zu profitieren. In diesem Kurs lernen Sie genau das, wie Sie sich ein großes Netzwerk aufbauen und selbst davon profitieren. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch mehr Erfolg. Mein Tipp, bestellen Sie jetzt Ihren Videokurs und wir sehen uns dann sofort in Ihrer ersten Kurslektion. Ich freue mich auf Sie. Kurslektion Untertitelung des ZDF, 2020